hallo und herzlich willkommen zu einem neuen projekt auf meinem kanal wobei neues projekt es nicht so wirklich trifft weil ich bin jetzt an dem park jetzt schon mittlerweile fünf wochen dran und ja wie ihr hier seht das ist mein eigener park und ja jetzt habe ich mir gedacht ich frage ich mal wollte damit eingebunden werden oder wollte dann am schluss nur das endprodukt sehen wenn ihr natürlich sagt ihr wollt eingebunden werden könnten wir zwei sachen machen entweder wir streamen auf twitch geben natürlich den stream dann später einfach auf youtube weiter oder wir machen es als eine art timelapse ihr könnt in dieser timelapse in die kommentare schreiben was ihr gerne verbessert hätte oder besser gesagt was man noch dazu bauen könnten und ja das kann ich natürlich dann auch immer wieder versuchen mit hinein zu arbeiten ja da zu dem park noch zu kommen also ich versuche viele selbst zu bauen versuche oft mehr anreize zu holen vielleicht doch stückchen weise was hinausnehmen aber im großen ganzer versuche ich natürlich so um zu um adaptieren dass es in meinen park auch gut hineinpasst ja wie ihr hier seht wir stehen vor dem hauptgebäude natürlich das noch nicht fertig da kommt links und rechts natürlich noch überall wo was dazu ist grundsätzlich vom workshop hinaus teile davon was jetzt bei mir natürlich anders ist es fährt die magnet schwebe waren drinnen das dach ist dadurch anders und ja also da habe ich wirklich darauf geschaut dass das auch hier dann alles so zusammenpasst gut dann werden wir hier mal hinein gehen in den park auf die main street lasst euch natürlich hier nicht von den ganzen mist und alles drum und dran ja es kommen auf jeden fall noch genug müll mistkübeln oder müllcontainer wie man es nennen möchte dazu wenn ich mir das jetzt da anschauen hier geht es dann auf jeden fall hinein in die in die magnet schwebe waren dies drinnen aber auch noch nicht fertig also ihr seht die ist jetzt hier hinein gearbeitet aber auch noch auf keinen fall in irgendeiner art und weise fertig so die main street besteht ja aus vorgegebenen sachen workshop wurden aber adaptiert zwei hotels sind drinnen hinten ist noch eine feuerwache dabei und ja den marktplatz selbst also das hier habe ich ein restaurant drinnen den wienerwald das was selbst noch dazukommen ist ist die markthalle mit da drinnen mit ein stand dass auch wirklich die leute hineingehen und hier noch eine information da müsste noch auf jeden fall irgendwas da noch dazu kommen aber das kommt auch auf jeden fall mit der zeit so jetzt kommen wir eigentlich zum hauptplatz der natürlich auch noch nicht wirklich fertig ist und von diesem platz soll man dann in vier bereiche gehen können der erste bereich mit dem habe ich angefangen piraten hier das schild oben gefällt mir auch noch nicht das ist alles noch nicht wirklich final und ja also gehen wir mal kurz eine runde hier um einen platz also es wird hier natürlich dann alles zu dass man auch nicht wirklich hinein sieht hier ist dann der piraten eingangsbereich hier geht es dann hin nach hinten in den mittelalter bereich es sollen vier sollen vier auf jeden vier gebiete sein das ist dann der sogenannte speed bereich für mich also da möchte ich auf jeden fall go kart bahn drinnen stehen haben und auch ein paar wirkliche power coaster so und hier geht es dann noch in den letzten bereich in den grusel bereich und in der mitte natürlich dass man alles wunderbar sieht ein schöner aussichtsturm so jetzt gehen wir mal kurz rein in den piraten bereich natürlich ich möchte ihm euch noch zeigen wie es da drinnen jetzt ausschaut wie gesagt das ist alles noch nicht final dass man kommt hier gleich hinein das ist teilweise aus dem workshop übernommen aber die warteschlange ist überhaupt nicht dabei gewesen also das ganze gebäude wird von mir gerade um adaptiert dass das hier hinein passt natürlich da sind auch schon die ein kleiner ein kleines wegschild mit dahinter gesetzten brunnen auf der seite bin ich ja da hinten lasst euch auf jeden fall nicht ich habe mir schon geschaut was kann ich hier noch alles dann hinein geben in den bereich und ja also da sind teile natürlich dabei die vom workshop heraus sind gehen wir mal die warteschlange kurz ab mit euch dass ihr euch die mal anschauen könnt ihr hier geht es rauf hier und da geht es durch der pirat hier den muss ich auf jeden fall noch versetzen und dann geht es nach hinten da ist es noch ziemlich kahl da bin ich gerade erst dabei wie ihr hier auch seht ich habe hier die wände erst weggenommen hier ist überhaupt noch die wand da also die kommt auch noch weg die kommt weg das wird hier alles noch umgestellt und dann geht es hier hinaus wieder rauf und da wird das gebäude noch vergrößert und dann geht es da oben noch einmal durch und ich finde wenn man wirklich hier dabei ist und dann so unterschaut schaut mega aus und von hier geht es dann noch final in den letzten bereich hinein so was gibt es noch ja wie ihr hier seht piratenfahrt piratenstämme ritterbereich der kommt dann dahinten auch piratenfässer und ja also ich habe hier jetzt wirklich nur einmal die ganzen gebäude einfach so hingestellt da möchte ich auf dieser seite noch ein richtig schönes größeres gebäude haben wo die leute auch hineingehen können essen holen können mit der sitzen können und 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 hier ist dann die erste fahrt ja ein main train möchte ich natürlich dann mit euch auch noch kurz fahren gehen wir mal da stehen schon relativ viele leute an das hier ist auch noch nicht zu 100 prozent final da kommt auch noch was dazu und dann geht es rauf hier dann ums eck und man ist direkt im main train drinnen mit dem möchte ich ja ja können jetzt auch gleich fahren da kommt schon der nächste zug ist auf jeden fall mit also ich habe es ich habe so gemacht dass das ich finde dass es realistisch ist die werte dadurch passen natürlich nicht mehr ganz so aber gehen auf jeden fall in den zug rein der in der station steht es sind insgesamt drei züge die hier fahren und ja bin jetzt auf jeden fall gespannt was ihr so dazu sagt jetzt zu der fahrt jetzt möchte ich nur schauen ist das ein kind gewesen nein das sind eigentlich alles keine kinder okay so es ist alles so getimt dass hier wirklich erstens ist noch nicht final das möchte ich auch dazu sagen der coaster selbst ist schon final aber die strecke selbst also die strecke schon aber natürlich alles was noch rundherum kommt das kommt noch extra dann dazu ja das alles hier ist grundsätzlich mit terraformen gemacht weil ich eigentlich nicht so viele steine verwenden wollte war wirklich eine heidenarbeit das alles so hinzubekommen und ja ich finde der zug fährt sich auch recht gut durch und im großen ganze sind viele blockbremsen drinnen muss ich aber auch drinnen haben weil ich sonst nicht wirklich drei züge durch durch laufend fahren lassen kann ohne eigentlich dass sich hier irgendwelche probleme entstehen ja ich habe nicht versucht hier wirklich nicht auf und ab ein bisschen so die mountain railroad in von disneyland nachzumachen und ja wie ich jetzt da oben auch sehe also da war es dem terraforming noch was nicht also da ist auf jeden fall noch ein kleiner teil der dann noch hinausgegleitet gehört aber gut wie gesagt final ist der park noch nicht bestehen du das grundsätzlich aus zwei lifthills den ganzen natürlich auch ein bisschen spaß machen sollten und die bahn ist auch verbunden gleichzeitig mit den bahnstammrutschen die hier runter kommen jetzt da natürlich jetzt nicht gesehen weil ich jetzt nicht nach links nach rechts rüber geschaut habe und das was mir auch realismus mäßig sehr ist dass man hier eine auch einen verschiebegleis hat ein wagen kann in der station stehen und zwei können noch daneben geparkt werden so dann gehen wir mal raus aus dem ganzen so machen wir das jetzt noch zu mich hier nicht wundern ein riesen loch hier kommt eine themenfahrt bin ich auch erst gerade dabei diese zu machen hier muss dann noch der zaun rundherum das soll halt einfach wirklich ein bisserl ja wenn man hier steht soll man zuschauen können so müssen denken wow die ist cool also da oben sieht man auch schon die floßfahrt hier persönlich habe ich jetzt noch nicht viel gemacht also da muss auf jeden fall dann auch noch was getan werden hier habe ich eigentlich jetzt nur mein letztes projekt was ich jetzt noch angefangen habe ich möchte mal die ganzen sachen stehen haben was ich habe hier jetzt schon einmal den ja einmal den eingangsbereich schon einmal gemacht aber wie gesagt sonst ist hier wirklich noch nicht mehr gemacht so da oben auf jeden fall die floßfahrt mit der werde ich aber grundsätzlich jetzt nicht fahren wird die dauert mit so lang das sollte ein kleiner sitzplatz außen werden und ja hier bin ich auch noch nicht fertig also ich habe jetzt hier erst einmal angefangen das ganze etwas aufzusehen ja und so dann kommt mir hier oben raus kammer von da oben natürlich schauen dann auf die boote direkt die einen unten drunter fand da natürlich nicht das wird hier noch zu gemacht dann geht es weiter hier ein stück hier auf hier ist der fastpass und das alles ist hier dann das gebäude und das was ich so schön finde ist wenn man hier steht herunter schaut man sieht die bahn und hier genauso also man kann sich hier wirklich schon hier wie sie gerade kommt man kann sich hier wirklich dann schon gut drauf einstellen hier wenn sie so vorbeiziehen das ist finde ich recht schön und wie gesagt dass ich bin ich bin gespannt wie ihr das dann so sehen wollt ob ihr dann sagt ja bauma gemeinsam miteinander weiter oder dass er vielleicht eine timelapse sehen wollt oder wie ja hier habe ich jetzt mal schon diverse aus der attraktionen mal hingestellt wo ich mir gedacht habe die könnten wir vielleicht mit einbauen in diesem bereich noch aber natürlich nicht alles und dann wenn es hier weiter geht also hier ist das splash moment und da vorne fährt die bahn vorbei also dass es ja so ineinander wirklich verwoben dass ich jetzt sag ja das kann man auf jeden fall so lassen das ist es darf ohne bereich und da habe ich eigentlich nur die mitglieder hütten drinnen hier dann noch einen weg durch das sollt aber nicht der hauptweg sein das muss ich auch dazu sagen da geht es noch zu den toiletten und hier wenn man hinauf geht kann man oben noch entlang gehen und ja dann geht es da dann rein das was auch noch nicht wirklich final ist muss ich auch dazu sagen und hier noch für die kleinsten ist da auch noch ein kleines karussell dabei das aber auch noch nicht fertig gefilmt ist weil das jeder warte bereich der muss dann auch noch auf jeden fall gemacht werden hier noch einmal ein kleines schild und der hauptweg sollte dann also ich gehe jetzt mal auf wirklich auf groß für euch der hauptweg sollte hier jetzt da noch so vorbeiführen und sollte dann noch hier irgendwie weiter und sollte dann da so kommen und hier so ungefähr zu machen dass wir dann dass das hier sollte dann verschwinden also das wird dann noch irgendwie mit einem kürzeren weg entweder da so vorbei dass wir hier noch eine attraktion reinbringen können und hier noch eine attraktion reinbringen können von denen und ja dann sollte der bereich grundsätzlich fertig sein das hier ja ist jetzt aufgeschüttet da habe ich schon probiert dass das möchte ich auch noch zeigen da habe ich schon probiert dass auf diese höhe wird das dann zugemacht also das schaut dann glaube ich relativ gut aus so zum anderen natürlich hier ist noch platz daneben aber das ist mein also das möchte ich auf jeden fall also hier wenn man in den ritterbereich reingeht möchte ich hier eine relativ große burg stehen haben in dieser burg möchte ich haben so wie im legoland einen eine kinderachterbahn mit dem drachen wo man auch noch ein bisschen eine pre-show dabei hat und daneben noch so wie ich weiß jetzt gar nicht wie der park in deutschland heißt hansapark auf jeden fall wo wo die diese ganz große holzachterbahn steht und die soll dann hier raus von aus dem gebäude soll hier hoch gezogen werden und soll eigentlich über diese ganze länge hier wirklich den platz dann haben hier zum zum heizen ja da noch dann natürlich hier noch mit einem labyrinth und auf der seite auch in dieses labyrinth hinein verbunden dann noch der kind die kinderattraktion der speed bereich selbst sollte sich ungefähr auf diesen bereich hier begnügen dann wo ich auch auf jeden fall zwei wirklich schnelle und auch heftigere achterbahnen drinnen haben möchte und da kommt dann der grusel bereich rein da möchte ich auf jeden fall einen wing coaster haben der ich glaube der hat die raben oder die krähen da dabei finde ich der schaut auf jeden fall gut aus und hier sollte dann auch im grusel bereich ein darkrider mit rein natürlich so wie da im piraten bereich aber da möchte ich die gondeln nehmen die was sich da selbst drehen können auf der straße also ja ich hoffe euch hat einmal der erste eindruck so von dem park gefallen wenn ja lasst auf jeden fall ein leichter und schreibt es mal bitte auf jeden fall in die kommentare hinein ob ihr da mit dabei sein wollt ob er timelapse oder ob euch das grundsätzlich gar nicht interessiert ja dann danke auf jeden fall fürs zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen tag baba ciao ciao und bis zum nächsten mal